von kemperlin und seiner entdeckung dies ist ein liberox aufnahme alle liberox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei aufgenommen von kate mckenzie von kemperlin und seiner entdeckung von edgar allen poe übersetzt von theodor etzel nach der sehr eingehenden und sorgsamen ablehandlung von arago ganz zu schweigen von dem aufsatz in silymans journal der die soeben von lieutenant meury veröffentlichten feststellungen auszugehen hält wird man natürlich nicht annehmen dass ich irgendwie die absicht habe den gegenstand vom wissenschaftlichen gesichtspunkt zu betrachten wenn ich mir jetzt einige flüchtige bemerkungen zu kemperlins entdeckung erlaube meine absicht ist einfach die zunächst ein paar worte über kemperlin selbst zu sagen zu dem ich vor jahren in persönlichen beziehungen stand da alles was ihn betrifft gegenwärtig von interesse sein dürfte und hiernach in allgemeiner und spekulative weise die folgen der entdeckung zu beleuchten ich möchte meinen betrachtungen vorausschicken dass ich der allgemeinen auffassung die wie in solchen fallen üblich den zeitungen entlehnt wird entscheiden entgegentreten muss der auffassung nämlich als habe diese entdeckung so ungeheuer sie fraglos ist nicht ihre vorläufe gehabt bei einsicht in der tagebuch des sir humphrey davy kotler monroe london ist aus den seiten drüfen und zwei nachts zu ersehen daß dieser berühmte kemiker nicht nur die hier in rede stehende idee gehabt sondern tatsächlich nicht unwesentliche experimentale fortschritte in ganz derselben analytische forschung gemacht hatte die kemperlin nun zu so erfolgreichen abschluss gebracht hat und wenn er auch nicht den leisesten hinweis auf jenes tagebuch für nötig hält so behaupte ich doch und bin auf verlangen bereit dies zu beweisen daß er jener schrift zumindest die erste anregung zu seinem unternehmen verdankt der artikel aus dem kurier der jetzt die runde in der presse macht und der den zweck hat die priorität der erfindung für einen gewissen herrn kissam aus brunswick in anspruch zu nehmen scheint mir wie ich gestehe ein wenig erdichtet ich habe mehr als einen grund zu dieser annahme obgleich die ausführungen weder etwas unmögliches noch besonders unwahrscheinliches enthalten ich brauche mich nicht auf einzelheiten einzulassen meine meinung über den artikel gründet sich hauptsächlich auf seine ganze form er wird unwahr leute die tatsachen berichten sind selten so kleinlich genau wie herr kissam in orts und zeitangaben wenn herr kissam tatsächlich zu der von ihm angegebenen zeit die entdeckung machte vor fast acht jahren also wie kommt es dass er nicht so gleich schritte tat die ungeheuren vorteile aus der entdeckung zu ziehen die wie jeder dummkopf gewußt haben muß wenn schon nicht der welt im ganzen so doch ihm selber daraus erwachsen mußten es scheint mir höchst unglaubwürdig daß irgendein mensch von durchschnittsverstand des entdeckt haben könnte was herr kissam entdeckt haben will und und daraufhin dann so kindisch so blind gehandelt haben sollte wie herr kissam zugibt es getan zu haben nebenbei wer ist herr kissam ist nicht vielleicht der ganze artikel im kurier ein geschickter machenschaft des blattes um von sich reden zu machen ich muß gestehen er scheint mir eine arge ente zu sein und meiner maßgeblichen meinung nach ist sehr wenig darauf zu geben wüsste ich nicht aus erfahrung wie ungemein leicht ein mann der wissenschaft in fragen die etwas außerhalb seines fachstudiums liegen zu mystifizieren ist so wäre ich auf höchste überrascht einen so hervorragenden chemiker wie professor draper die ansprüche jenes herrn kissam oder ist es herr auf diese entdeckung einer so ernsthaften betrachtung unterziehen zu sehen doch kehren wir zum tagebuch des sir humphrey davy zurück diese arbeit war nicht für die öffentlichkeit bestimmt selbst nicht nach dem ableben des verfassers wovon jeder der von autorschaft etwas versteht sich bei überflächlicher prüfung des stils überzeugen kann auf seite 13 in der mitte lesen wir zum beispiel in bezug auf seine nachforschung über stickstoff oxydol in weniger als einer halben minute atmung fortgesetzt ließ allmählich nach und ihnen folgte ähnlich dem eines leichten druck auf allen muskeln dass nicht die atmung es war die allmählich nach ließ erhält nicht allein aus dem nachfolgenden text sondern schon aus der wahl des plurals ihnen der satz war zweifellos so gemeint in weniger als einer halben minute währenddem die atmung fortgesetzt wurde ließen diese gefühle allmählich nach und ihnen folgte ein empfinden ähnlich dem eines leichten druck auf allen muskeln hundert solche stellen beweisen daß dieses so unüberlegterweise der öffentlichkeit übergebene manuskript ledenlich ein für den schreiber selbstbestimmtes konzeptbuch gewesen ist doch ein blick in den artikel genügt um jeden denkenden von der wahrheit meiner auffassung zu überzeugen tatsache ist daß sir humphrey davy der letzte war sich in wissenschaftlichen dingen bloßzustellen er hatte nicht nur eine außergewöhnliche abneigung vor aller quacksalberei sondern eine krankhafte furcht als quacksalbe zu erscheinen so sehr er also überzeugt gewesen sein mag im vorliegenen falle auf der rechten fährte zu sein so würde er das doch nie ausgesprochen haben erhe er nicht alles zur praktischen beweisführung bereits gehabt hätte ich bin überzeugt er wäre in seiner sterbestunde unsagbar ein glücklich gewesen wenn er hätte ahnen können daß seine wünsche das tagebuch mit seinen kurzen notizen und halben vermutungen solle verbrannt werden und berücksichtigt bleiben würden wie es der fall gewesen zu sein scheint ich sage seine wünsche denn daß er dieses notizbuch zu den diversen papieren gezählt zu sehen wünschte die zum verbrennen bestimmt waren darüber denke ich kann man nicht im zweifel sein ob es ein glück oder ein unglück war dass es den flammen entging bleibt zu entscheiden dass die oben angeführten stellen nebst anderen auf die ich hingewiesen habe kämpeln den entscheidenden wink gaben steht für mich außer zweifel aber ich wiederhole es bleibt abzuwarten ob diese wichtige entdeckung wichtig unter allen umständen der menschheit im großen einen dienst erweist oder nicht neuerheit aber wäre es auch nur einen augenblick anzuzweifeln daß kempelen und einen nächsten freunde reiche beute machen werden sie werden schwerlich so dumm sein nicht beizeiten durch ankauf von häusern und land für realitätenbesitz zu sorgen in dem kurzen bericht kempelens der in der heimzeitung erschien und seither vielfach nachgedruckt worden ist scheint der übersetzer des deutschen originalartikels der diesen artikel einer der letzten nummern der pressburger schnellpost entnommen haben will einiges missverstanden zu haben viele ist offenbar wie das oft geschieht missverstanden und was der übersetzer mit sorgen wiedergibt heißt wahrscheinlich leiden was in seiner wahren bedeutung dem ganzen bericht ein völlig anderes gepräger geben würde aber natürlich sind das zum großen teil nur mutmaßungen von mir wie dem auch sei kempelen ist seinem äußeren gebaren nach keineswegs ein missantruck meine beziehungen zu ihm waren rein zufällig und ermächtigen mich kaum zu der behauptung ihn zu kennen aber einen mann von so hervorragender bedeutung wie er sie erlangt hat oder in wenigen tagen erlangen wird gesehen und gesprochen zu haben ist keine so uninteressante sache die literarische welt vermutlich irregeführt durch den artikel in der heimzeitung behauptet er sei aus presburg gebürtig ich bin aber in der lage positiv festzustellen ich habe es aus seinem eigenen munde dass er in utica im staaten new york geboren ist obgleich seine eltern beide wie ich glaube aus presburg stammen die familie ist weitläufig verwandt mit melzl bekannt durch den automatischen schachspieler sein äußere entscheidung ist klein und dick mit großen ausdrucklosen blauen augen rötlichem haar und backenbart einem großen doch wohlgeformten mund guten zähnen und eine adel nase sein eine fuß war missgestaltet sein wesen ist offen und seine ganze art als gutmütig bekannt alles zusammengenommen er ist in seinem tun und reden nichts weniger als ein misantrop wir lernten uns vor sechs jahren kennen als wir beide eine woche lang das gleiche hotel auf rhode island bewohnten und ich glaube daß ich verschiedentlich mit ihm ins gespräch kam und etwa im ganzen drei bis vier stunden mit ihm sprach sein thema waren die jeweiligen tages ereignisse und keine seiner äußerungen ließ mich seine wissenschaftlichen kenntnissen vermuten er verließ das hotel früher als ich er beabsichtige nach new york und von da aus nach bremen zu reisen in der letzten stadt war es wo seine entdeckung zum ersten mal veröffentlichen wurde oder vielmehr dort würde die erste vermutung laut dass er der entdecker sei dies ist so ziemlich alles was ich persönlich von dem nun unsterblichen kempelen weiß aber ich dachte selbst diese wenigen einzelheiten könnten für die allgemeinheit von interesse sein es steht ganz außer frage dass die meisten wundersamen gerüchte die über diese sache umlaufen wahre einfindung sind die ebenso viel glauben verdienen wie etwa die erzählung von aladdin und der wunderlampe und doch ist in solchen falle wie auch bei der entdeckung kaliforniens aus goldland die wahrheit oft wundersamer als die dichtung die folgende anekdote jedenfalls ist so gut verbürgt daß wir sie unbedenklich hinnehmen können von kempelen hatte sich während seinen aufenthalts in bremen in keineswegs sehr günstigen verhältnissen befunden und es war bekannt daß er häufig zu wahren winkelzügen zuflucht nehmen musste um selbst geringe summen aufzutreiben als die falschmünzerei im hause guts mut und co aufgedeckt wurde lenkte sich der verdacht gegen kempelen weil er eine größere besitzung in der gasberichtstrasche gekauft und auf befragen die auskunft darüber feigert hatte woher die kaufsumme stammte er wurde schließlich arretiert weil jedoch nichts bestimmtes gegen ihn vorgebracht werden konnte zuletzt wieder in freiheit gesetzt die polizei behielt aber auf all sein tun und lassen ein scharfes auge und entdeckte so dass er oft ausging und immer denselben weg einschlug doch gelang es ihm stets in der nähe jenes labyrinths von gassinnen durchgangen das den spitznamen dondergaard führt seinen verfolgen zu entwischen ihrer ausdauer erreichte es aber endlich doch seine spur bis auf den bodendraum eines alten siebenstückigen hauses in einer allee mit namen flettplatsch zu verfolgen und ihn wie sie meinten mitten in seinem falschmünzerhandwerk zu überraschen seine aufregen soll so groß gewesen sein daß die beamten von seiner schuld ganz überzeugt waren sie legten ihm daher handfesseln an und durchsuchten das zimmer denn allem anschein nach bewohnte er die gesamten mansardenräume anstoßend an die bodenkammer in der sie ihn fingen befand sich ein gelass von zehn zu acht fuß und in ihm ein chemischer apparat dessen zweck noch nicht ermittelt werden konnte in einer ecke des raums stand ein kleiner schmelzofen der in glück war und auf der glück ein a doppelten schmelztiegels zwei durch ein röhrer verbunden schmelztiegel der eine dieser tiegel war fast ganz mit geschmolzenem blei gefüllt doch reichte die masse nicht bis an der röhre hinauf die hoch am rande angebracht war der andere tiegel enthielt ein flüssigkeit die als die beamten eintraten heftig am verdampfen war als kempelin sich entdeckt sah ergriff er mit beiden händen an denen er als besthandschuhe trug die tiegel und schleuderte den inhalt auf den ziegelboden jetzt erst legte man im händfessel an und erhe man weitere haussuchen hielt würde er selbst genau visitiert doch fand sie nichts ungewöhnliches außer einem papierpäckchen in seiner robtasche das wie sich später herausstellte eine mischung von antimon und einer unbekannten substanz zu fast aber nicht ganz gleichen teilen enthielt alle versuche die unbekannte substanz zu analysieren sind bis jetzt fehlgeschlagen dass er aber schließlich gelingen wird steht außer zweifel aus diesem gelass betraten die beamte mit ihrem gefangenen eine art vorzimmer das keinerlei gegenstände enthielt und gelangten nun in das chemische schlafzimmer hier durchsuchten sie kästen und schubfächer entdeckten aber nur einige unwichtige papiere und etliche goldene silbermünzen endlich als sie unter das bett blickten gewahrten sie einen großen einfachen fehlkoffer der weder schloss noch scharnier hatte der deckel lag achtlos quer über die kiste bei dem versuch diesen koffer unter dem bett hervorzuziehen stellte er sich heraus daß ihre vereinten kräfte es waren ihre drei alle starren männer ihn nicht um einen zoll vom platz zu rücken vermochten das verwundete sie sehr und einer von ihnen kroch unters bett später in die kiste und sagte kein wunder daß wir ihn nicht bewegen konnte er ist bis zum rand mit alten messingstücken angefüllt der mann stemmte nun die füße gegen die wand um einen festen halt zu bekommen und schob mit aller macht während die anderen mit ganzer kraft zogen so gelang es schließlich mit vieler mühe den koffer unter dem bett hervorzuholen und seinen inhalt zu prüfen das angebliche messing mit dem er gefüllt war bestand aus lauter kleinen plattenstücken von erbsen bis dollargröße doch waren sie obgleich alle mehr oder weniger flach von unregelmäßige formen sahen eigentlich ganz so aus wie blei das in geschmolzenem zustand auf dem boden gegossen wurde um abzukohlen nicht einer der beamten ließ es sich einfallen dies mit etwas anderes als messing zu halten der gedanke daß es gold sein könne kam ihnen natürlich gar nicht und ihr erstaunen ist wohl zu begreifen als es anderen tags in ganz bremen bekannt wurde dass die menge messing die sie so verächtlich zum polizeiamt geschafft hatten ohne sich die mühe zu machen sich eine handvoll anzueignen nicht nur gold wirkliches gold war sondern reines gold als je gemünzt worden ist kurz ganz reines gold ohne die geringsten nachweisbarer beimischung ich brauche nicht die einzelheiten der eingeständnisse kempelins soweit er sie mochte und seine freilassung zu erröten sie sind der öffentlichkeit bekannt dass er im geiste und in der tod wenn auch nicht buchstäblich das uralte problem von stein der weisen gelöst hat kann kein mensch mit gesunden sinnen mehr bezweifeln die ansichten aragos haben natürlich ihre berechtigung aber er ist keineswegs zuverlässig und was er von bismuth sagt muss kom chrono solis genommen werden die nackte wahrheit ist dass bis jetzt alle analyse versorgt hat und solange kempelin uns nicht selbst den schlüssel zu dem von ihm aufgegebener rätsel zeigt ist es mehr als wahrscheinlich dass die angelegenheit jahrelang im status quo verbleibt alles was man bis jetzt weiß ist dass reines gold leicht und nach wunsch hergestellt werden kann und zwar aus blei in verbindung mit gewissen anderen in art und menge und bekannten substanzen die theoretische berechnung beschäftigt sich natürlich mit den sofortigen wie auch den späteren resultaten dieser entdeckung eine entdeckung der wohl kein denkenden mensch eine gewisse einwirkung auf die jüngste aufschließung kaliforniens als goldland ansprechen wird und diese betrachtung führt uns unweigerlich zu einem anderen der unzeitgemäßheit der entdeckung kempelins wenn bisher viele davon abgehalten wurden nach kalifornien zu gehen einfach durch die überlegung dass gold infolge seines reichlichen vorhandenseins in jenen minen nun notgedrungen im werte sinken müsse und die weite gefahrwolle suche daher vielleicht nicht einmal lohnen sein welch ein bewegung wird jetzt die gemütete der erfassen die auszuwandern beabsichtigen und vor allem derer die bereits dort sind im goldlande was werden sie zu der ungeheuren entdeckung kempelen sagen eine entdeckung die in so berätten beweisen feststellt daß abgesehen von ihrer wertvollen verwendbarkeit zu industriezwecken wie immer diese verwendbarkeit auch sein mag gold nun keinen größeren wert mehr haben wird als blei und weit geringen wert als silbe denn es ist nicht anzunehmen dass kempelen sein geheimnis lange bewahren kann in der tat ist es außerordentlich schwierig die folgen der entdeckung vorauszubemessen eines aber kann festgestellt werden dass die bekanntgabe der entdeckung vor sechs monaten die auswanderung nach kalifornien veraussichtlich äußerst stark beeinflusst haben würde in europa hat sich bis jetzt als bemerkenswerteste folge eine steigerung der bleipreise um 100 und der silberpreise um 25 prozent ergeben fußnoten 1 der erfinder des schachspielers war wilhelm von kempelen 1709 die maschine wurde später an melzum verkauft ende von von kempelen und seine entdeckung gelesen von kate mckenzie ein